Ja, ich denke, ich kann mich erinnern, dass mein Arzt immer gesagt hat, da wo eine Wirkung ist, kann auch eine Nebenwirkung sein. Und ich denke einfach, darüber kriegen wir jetzt irgendwie die Kurve zu dem neuen Thema. Ja, es gab heute Nachmittag eine Sitzung zum Thema Nebenwirkungsmanagement. Ist ja eine große Herausforderung, denke ich, sowohl für den Arzt, der eine Patientin betreut, als auch vor allem auch für die Patientin natürlich selbst. Hat sich denn da in den letzten Jahren was getan? Weil ich kann mich noch erinnern, dass es früher hieß, seien Sie doch froh, dass Sie noch leben. Oh ja, da hat sich ganz viel getan. Ich darf mich zunächst auch sehr herzlich bedanken für die Einladung. Meine Damen und meine Herren auch, ich freue mich sehr, hier bei Ihnen zu sein, um auf Ihre Frage gleich persönlich zu antworten, Frau Heiliger. Ja, meine Mutter hatte 1971 ein Kolonkarzinom. Da war ich 14 Jahre alt und sie war die Patientin in der Zulassungsstudie für 5-FU. Viele kennen das, 5-Fluoro-U-Racil, ein klassisches Zytostatikum. Und damals, ich sehe noch den behandelnden Arzt, Professor Hilgenfeld, Chirurg, auf dem Krankenbett meiner Mutter sitzen. Und er sagte, Sie werden Übelkeit bekommen. Das war sozusagen eine gebahnte Übelkeit. Bekommen hat meine Mutter 500 Milligramm, das kann gar keine Übelkeit machen, das ist homöopathisch dosiert, wie wir heute wissen. Aber sie hat natürlich erbrochen, weil es ihr sozusagen schon in den Mund gelegt worden ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kamen wenige Minuten später, nachdem der Professor das gesagt hatte, eine Schwester rein und brachte solch einen Stapel mit Brechschalen. Mit den Worten, Frau Overkamp, wenn Ihnen schlecht wird, nehmen Sie einfach jedes Mal eine Schale von diesem Stapel. Das war antiemetische Therapie in den 70er Jahren. Seitdem habe ich mit Chemotherapie zu tun. Dann habe ich irgendwann Medizin studiert, da gab es dann Paspertintropfen. Das ist auch ganz furchtbar. Das hilft manchmal bei Peristaltikstörungen im CP, aber es ist nicht wirklich mehr ein ernstzunehmendes Antiemetikum. Es gibt aber leider immer noch Ärzte, die das verschreiben, obwohl es viel bessere Medikamente heutzutage gibt. Insofern lassen Sie mich diese Stallvorlage aufnehmen und einfach mal mein kurzes Statement beginnen mit einem eindringlichen Appell im Hinblick auf Übelkeit und Erbrechen. Es darf heute eigentlich niemand mehr dieses schreckliche tagelange Erbrechen haben. Kurzzeitige leichte Übelkeit, kurzzeitiges Unwohlsein ist okay, aber Erbrechen eigentlich schon nicht mehr. Bei den meisten Chemotherapien ist es heute möglich, Übelkeit und Erbrechen komplett zu unterdrücken. Das Problem ist, dass wir in Deutschland eine Unterversorgung haben. Viele onkologisch tätige Ärzte verschreiben nicht die ausreichende Menge an Antiemetika, manchmal auch nicht die richtige. Wir wissen sehr genau, welche Zytostatika wie starke Übelkeit machen. Man nennt das das emetogene Potenzial, also wie stark eine Chemotherapie Übelkeit und Erbrechen auslösen kann. Es gibt schwache Zytostatika, die wenig Übelkeit machen. Es gibt starke wie Cisplatin, die starke Übelkeit machen. Wir wissen auch, welche Antiemetika entweder alleine oder in Kombination die optimale Vorbeugung wären. Trotzdem gibt es immer noch eine Unterversorgung. Das ist ein Skandal. Und wenn wir Ärzte immer wieder darauf hinweisen, wir Supportivmediziner, ist das gut und schön. Es ist auch schön, wenn Selbsthilfegruppen darauf hinweisen, dass sie ein Recht haben auf eine optimale Antiemetische Therapie. Und die Antiemetische Therapie ist ein Teil der Supportivtherapie. Supportivtherapie umfasst heute ja ganz, ganz viel. Es ist nicht nur der Schutz vor Übelkeit und Erbrechen. Eine ganz große Rolle, und insofern bin ich Ihnen sehr dankbar, Herr Baumann, für Ihre tollen Beiträge auf diesem Kongress. Eine ganz große Rolle spielt die Bewegung. Ich finde das immer so schön, wenn Sie Kölner Sport sagen. Animiert richtig aufzustehen und zu laufen. Komm, hier machen wir Sport. Tolle Sachen. Aber im Ernst, Bewegung ist wirklich gut. Wir wissen das von vielen Patienten, übrigens auch von uns noch hoffentlich gesunden Ärzten. Je mehr Sport wir treiben, desto fitter sind wir auch, um unsere Patienten zu behandeln. Ich merke das sehr deutlich, wenn ich mal, wie heute den ganzen Tag im Kongress, fast jede Stunde irgendwo rede, in irgendeinem Saal. Merke ich sofort, tut alles weh und freue mich schon wieder laufen zu können. Also das ist schon, was Sie da bringen. Insofern verdient die Bewegungstherapie, einen eigenen Slot heute in der Supportivtherapie, ist ein ganz, ganz wesentlicher Beitrag. Aber nicht nur, denn es gibt heute auch sehr gute, wichtige, medikamentöse, unterstützende Maßnahmen, die wir dringend brauchen. Und die genauso wichtig sind wie die eigentliche Tumortherapie. Ich darf Sie noch mal kurz erinnern an die sogenannte zielgerichtete Tumortherapie. Sie kennen alle diese Signalwege in den Tumorzellen. Letztendlich sind das hintereinander geschaltete Enzyme, die wie Perlen auf einer Kette sozusagen sich gegenseitig aktivieren, um im Endeffekt den Zellkern zur Arbeit anzuregen. So läuft in der Tumorzelle die Impulsübertragung vom Rezeptor, also von der äußeren Stimulationsebene, bis hin zum Kern, also bis zur Regierungszentrale der Zelle. Dieser Energiefluss im Innern der Zelle ist mittlerweile ziemlich gut erforscht und wir können an verschiedenen Stellen diese Signalwege blocken, hemmeln, unterbrechen, wie immer Sie das nennen wollen. Das machen wir mit kleinen Molekülen, die meistens oral geschluckt werden und die in die Zelle eindringen und die diese Enzymketten, diese Perlenketten an verschiedenen Stellen blocken. Lapatinib ist so eins, das wirkt relativ oberflächlich an der Zellmembran. Everolimus Affinitor ist ein anderes, das wirkt etwas weiter unten an so einer weichen Stelle. Und es gibt jetzt ganz neu Medikamente, die sehr nah am Zellkern arbeiten. Es gibt in Kürze, wahrscheinlich noch, sag ich das auch schon Kölsch, in Kürze. Wahnsinn. Das färbt ab, Herr Wormann. In Kürze gibt es ein neues Medikament, Palbozyklip, sicher schon von gehört, ist ein Medikament, das hemmt die Startsequenz der Zellteilung. Zellteilung ist ja auch ein unglaublich komplexer Vorgang, wo die DNA sich teilt und auf die beiden Tochterzellen verteilt wird. Ein ganz toller, hochkomplexer Vorgang, der sich im Laufe der Evolution, im Laufe der Menschheitsgeschichte entwickelt hat. Wir können neuerdings mit Medikamenten, den sogenannten CDK4-6-Hemmstoffen, diese zentralen Schaltwege sozusagen der Zellteilung blockieren. Das werden ganz, ganz wertvolle Medikamente sein, beim Hormonrezeptor-positiven Mammakarzinom, werden in Kürze zugelassen. Und die machen natürlich dann auch Nebenwirkungen. Die machen nicht nur tolle Wirkungen, sondern auch Nebenwirkungen. Das heißt, wenn wir nah am Zellkern arbeiten, ist es logisch, dass wir die Zellteilung der Tumorzellen unterbinden, aber auch die Zellteilung anderer schnell wachsender Zellen, zum Beispiel von Blutzellen. Letztendlich sind alle schnell wachsenden Zellen die, die sich schnell teilen. Knochenmarkzellen gehören dazu, deswegen sind Blutzellen, die ja aus dem Knochenmark stammen, so empfindlich. Haarzellen teilen sich, deswegen gibt es Haarausfall. Schleimhautzellen teilen sich, deswegen gibt es Schleimhautnebenwirkungen. Und so hat jede Substanzklasse ihr eigenes Nebenwirkungsspektrum. Und mittlerweile haben die Onkologen ganz gut gelernt, mit diesen verschiedenen Nebenwirkungen umzugehen. Leider ist in der Wahrnehmung vieler Ärzte die Supportivtherapie noch nicht gleich obenauf wie die eigentliche Tumortherapie. Man muss das beklagen. Es gibt immer noch viel zu viele onkologisch tätige Ärzte aller Disziplinen, die eine supergute, hochprofessionelle Tumortherapie betreiben, verschreiben die richtigen Medikamente zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Dosierung, die aber vergessen oder vernachlässigen, eine adäquate, gleichzeitige, unterstützende Behandlung auch mit anzubieten. Das geht bei der Anti-Emese los, bei der Chemotherapie. Und geht weiter über die Hautprophylaxe. Manche Medikamente machen Haut- und Nagelveränderungen oder Schleimhautveränderungen. Bis hin zur Prophylaxe von inneren Organschäden. Manche Medikamente greifen eben auch Nieren oder Leber an. Auch da kann man durch Dosismodifikationen oder eben auch durch Gabe von Vielflüssigkeit, manchmal durchaus durch einfache Maßnahmen relativ viel erreichen. Ich habe vorhin in meinem Vortrag, die ein oder andere habe ich gesehen von Ihnen, so einen Überblick gegeben über alles das, was es heute gibt an supportiven Therapien. Bestehen Sie darauf, Ihre Ärzte sind genauso verpflichtet, Ihnen die optimale Supportivtherapie zu geben wie eine optimale Tumortherapie. Das ist genauso wichtig. Man könnte sogar sagen, der Effekt einer Tumortherapie ist eigentlich erst dann, optimal, wenn auch die Begleitbehandlung optimal ist. Denn nur dann wird die Tumortherapie auch konsequent durchgezogen, muss nicht unterbrochen werden. Es müssen keine Dosismodifikationen erfolgen. Das heißt, je gezielter wir jetzt in diese Signalwege der Tumorzellen eingreifen und je näher wir mit unseren neuen Medikamenten an den Zellkern heranrücken, desto wichtiger wird auch die gleichzeitige Supportivtherapie. Medikamente, die nah am Zellkern wirken, ähneln wieder mehr der Chemotherapie, machen mehr Blutbildveränderungen, machen mehr Übelkeit. Medikamente, die weiter oberhalb anwirken, machen mehr Hauttoxizität, mehr Schleimhauttoxizität, weil diese Signalwege auch in gesunden Zellen vorkommen. Dann gibt es noch ein Kapitel, was jetzt ganz neu aufgeschlagen wird. Dr. Kohlberg hat es vorhin kurz angeschnitten. Das ist die sogenannte Immunonkologie. Das ist für das Mammakarzinom noch ein ganz frühes, wirklich sehr, sehr neues Kapitel. Es gibt noch kein immunonkologisches Medikament, aber gerade für das trippelnegative Mammakarzinom wird es das in absehbarer Zeit geben. Das sind Medikamente, die wir internistischen Onkologen bei Melanomen, bei Bronchialkarzinomen, bei Nierenzellkarzinomen neuerdings schon einsetzen. Da sind sie weiter in der klinischen Prüfung. Und die aber sehr wahrscheinlich auch bei anderen Tumoren, speziell eben auch beim trippelnegativen Mammakarzinom eingesetzt werden. Wahrscheinlich aber auch beim HER2-Positiven in Kombination mit der ANTH2-Therapien. Diese neuen Substanzen greifen faszinierend in das Immunsystem ein. Wir haben seit 20, 30 Jahren immer davon geträumt, mal irgendwann das Immunsystem ernsthaft stimulieren zu können. Es hat nie wirklich geklappt. Jetzt geht das plötzlich. Die neuen Medikamente sind ernsthaft in der Lage, die entscheidenden Zellen zu stimulieren, nämlich die T-Lymphozyten. Das sind die Krebszellen, die eigentlichen Abwehrzellen, die in der Lage sind, auch Tumorzellen zu attackieren und aufzufressen. Die kann man mit diesen neuen Medikamenten wirklich effizient angreifen. Bis es soweit ist, dass man das beim Mammakarzinom flächendeckend einsetzen kann, das wird noch eine Weile dauern. Aber die ein oder andere Patientin kriegt es vielleicht schon über einen sogenannten Off-Label-Use-Antrag. Das heißt, ein Medikament, was für Bronchial- oder Nierenkrebs zugelassen ist, wird dann ausnahmsweise schon vor der Zulassung auch mal in Ausnahmefällen beim Brustkrebs angewandt. Diese Substanzen machen komplett andere Nebenwirkungen, die man vorher gar nicht kannte. Denn durch die Stimulation der Immunzellen gibt es jetzt plötzlich immunologische Nebenwirkungen, also Autoimmunentzündungen, wenn Sie so wollen, an inneren Organen. Das kann die Leber betreffen, das kann den Darm betreffen, die Haut, das Nervensystem, die Hypophyse, die Hirnanhangsdrüse, alles Mögliche kann sich entzünden. Das kann man sehr gut in den Griff bekommen, aber die Onkologen haben wieder neue Lernkurven, wie immer bei neuen Medikamenten. Es ist nicht so, dass es mit jeder neuen Tumorsubstanz, Antitumorsubstanz, einfacher würde. Es wird einen Tick besser, weil die neuen Medikamente einfach noch mehr bringen an Antitumorwirkung. Aber es wird auch komplexer im Nebenwirkungsspektrum. Das heißt, wenn Sie in naher oder mittlerer Zukunft mit einer immunonkologischen Substanz konfrontiert werden, ist das sicher ein Vorteil für Sie. Aber Ihre Ärzte müssen dann auch die neuen Nebenwirkungen kennen. Das sind ganz andere. Und wir lernen dann auch eine neue zeitliche Abfolge von Nebenwirkungen. Bei der Chemotherapie war das relativ einfach. Da konnte man eigentlich am selben Tag schon sagen, die Akutverträglichkeit war relativ gut. Und so innerhalb der ersten Woche konnte Übelkeit auftreten. Nach einer Woche war aber das Gröbste in der Regel vorbei. In der Regel. Mal abgesehen von der Polyneuropathie. Die akuten Nebenwirkungen sind nach ein paar Tagen vorbei. Bei immunonkologischen Medikamenten merken Sie erst mal nichts. Gar nichts. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, fünf, sechs Wochen, nichts. Überhaupt nichts. Dann haben Sie die Therapie längst vergessen. Ihre Ärzte übrigens noch länger. Dann erst können Nebenwirkungen auftreten. Das heißt, wir haben eine zeitversetzte, verzögerte Nebenwirkung zu erwarten. Die muss nicht kommen. Die kann aber nach vier oder sechs oder acht Wochen manchmal nach Monaten eintreten. Das heißt, diese immunologisch ausgelösten Entzündungen sind sehr spät. Das heißt, man muss daran denken. Man muss auch andere Intervalle einhalten, um mit den Ärzten sich auszutauschen, ob eventuell empfundene Symptome Nebenwirkungen sind oder doch eher tumorbedingte Symptome oder was ganz anderes. Ich glaube, alle haben neue Lernkurven. Das wird sehr spannend sein, in den nächsten Jahren das zu begleiten. Über all diese Themen von Anti-Emese, über Supportiva bei zielgerichteten Therapien bis hin zu neuen Nebenwirkungen bei immunologischen Medikamenten habe ich vorhin geredet und das ist sozusagen nochmal die Summary davon. Ja, vielen Dank. Es ist natürlich hochspannend. Jetzt sind Sie ja in Hamburg. Das heißt, ich könnte in Hamburg vielleicht von Ihnen Tipps kriegen, was ich machen soll. Was mache ich denn, wenn ich ganz woanders bin? Ich berate keine Patienten mehr. Ich hatte über 30 Jahre onkologische Patienten, habe 25.000 Krebspatienten behandelt, davon sehr viele tausend mit Mammakarzinom. Habe ich meine eigene Tagesklinik jetzt verkauft an meine Juniorpartner und bin beratend tätig für die Forschung. Wir machen Phase 1 Studien in Kölle. In der Mediapark-Klinik haben wir die erste privat geführte Early Clinical Trial Unit in Deutschland für Phase 1 Studien. Und ich berate die forschende Pharmaindustrie bei der Entwicklung neuer Medikamente und neuer Studien. Das ist Oncoconsult, das ist meine jetzige Tätigkeit. Aber ich halte sehr viele Vorträge und gebe meine Erfahrungen weiter, die ich in den 30 Jahren gesammelt habe. Wenn Sie fragen, wie kommt jemand an die Information, es gibt glaube ich heute eine flächendeckend gute Versorgung, aber die ist nicht überall gleich gut, nicht überall auf gleich optimalem Stand. Das ist schon richtig. Da muss man in jeder Region gucken, wo ist ein universitäres, ein akademisches Zentrum, wo ist eine hochspezialisierte Praxis, die ausschließlich Onkologie macht. Übrigens, wo onkologischer Schwerpunkt draufsteht, ist auch nicht immer ein onkologischer Schwerpunkt drin. Ab 10% darf man sich schon Schwerpunkt nennen. Das ist so wie Schwerpunktschwimmen, so 10 Meter und zurück. Ist nicht. Also Sie müssen sich schon erkundigen, ob das wirklich so ein High-Volume-Zentrum ist, wo man Ahnung hat, wo man auch einige hundert Mamakarzinome im Quartal behandelt. Und das würde ich für ein High-Volume-Zentrum, also wir behandeln an die tausend Patientinnen im Quartal in meiner ehemaligen Praxis. Es gibt solche Einrichtungen, die einfach riesige Erfahrungen haben, weil sie so viele Patientinnen sehen. Ähnlich dann natürlich die Brustzentren, die Ambulanzen in den Brustzentren. Das ist genau das Gleiche wie in den Großpraxen. Leider ist das nicht flächendeckend und es darf auch eine kleine Ambulanz und es darf eine kleine Praxis im Prinzip alles machen. Und insofern ist Ihre Frage durchaus berechtigt. Manchmal gibt es eine hohe Expertise, auch in kleinen Einrichtungen, aber das ist nicht sicher. Manchmal eben auch nicht. Und gerade im Hinblick auf die Supportivtherapie kommt es sehr auf Erfahrungen. Die Tumortherapie leitlinienkonform zu machen, ist die eine Seite. Das steht in den S3-Leitlinien, das steht in den AGO-Richtlinien, das steht in der DGHO-Leitlinie, die ich mit konzipiert habe. Aber Supportivtherapie ist nicht nur Leitlinientherapie, sie erfordert auch ganz viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Auch dieses Feintuning, welche Patientin braucht wie viel zusätzlicher Supportivtherapie, das hat ganz viel mit Erfahrung zu tun. Und Erfahrung geht über Menge, Verordnungen und Menge an Jahren, die ins Land gehen. Jetzt hätte ich noch eine Frage und zwar bei dieser Sitzung war ein Thema, nachdem Sie einfach mit drin waren in der Sitzung, hoffe ich, dass Sie da vielleicht uns ein paar Tipps geben können. Und zwar das Thema Schlafstörungen, was ja für sehr viele Patientinnen unter antihormoneller Therapie oder als Nachwirkung der Chemotherapie oder aus welchem Grund auch immer ein Thema ist. Dieses, dass man müde ins Bett geht, schläft vielleicht ein, ein, zwei Stunden später macht es Bupp und man ist wieder wach und versucht krampfhaft wieder einzuschauen. Gibt es da irgendwas, was Sie uns raten können, was man da machen kann? Sport, Sport. Nein, also es gibt keine allgemein verbindliche Empfehlung. Natürlich ist das sehr individuell. Also gerade die Behandlung von Schlafstörungen ist eine der personalisiertesten Angelegenheiten der Medizin, muss man sagen. Aber die grundsätzlichen Empfehlungen, viel Bewegung, auch wirklich das, was der Kollege gesagt hat, war schon richtig. Viel auch ans Tageslicht gehen. Das hat was. Das ist schon von Bedeutung, aber auch ein regelmäßiger Tagesablauf, eine regelmäßige Ernährung mit mehreren kleinen Mahlzeiten, abwechslungsreiche Eiweiß, Brotis, kennen Sie alles, vitaminreiche Ernährung. All das spielt eine Rolle. Ich glaube auch, dass das richtig ist, was wir vorhin gehört haben, dass unsere derzeitige Gesellschaftsstruktur oder unser aller Benehmen, abends lange vor dem Fernseher zu sitzen, abends noch kohlenhydratreiche Speisen zu sich zu nehmen, nicht gerade schlaffördernd ist. Ich glaube, wenn man wieder so Klassiker einführen würde, wie den abendlichen Spaziergang oder einfach auch mal zwischendurch mal ein paar Minuten an die frische Luft zu gehen, das muss nicht immer mit massiver körperlicher Anstrengung verbunden sein, geht ja auch manchmal gar nicht. Aber einfach, dass man rausgeht, dass man an die frische Luft geht, dass man sich Sonne gönnt und regelmäßige Ernährung ist ein Teil auch einer guten Schlafgesundheit. Wunderbar, Fragen zum Moment. Machen wir ein bisschen Sport. Ja, vielen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Ich habe eine Frage, also wenn Sie sagen, in der Supportivmedizin ist eigentlich alles vorhanden, um den Patientinnen und Patienten zu helfen, aber es wird nicht so angewandt, dann erinnert mich das an den Umgang vieler in der Ärzteschaft mit Schmerzpatienten, also auch mit Dauerschmerzpatienten, wo jahrelang gesagt wurde, die müssen leiden, weil sie könnten sonst abhängig werden, wo sogar Menschen in der letzten Phase mit großen Schmerzen gelassen werden, weil irgendwie ein Arzt sich vorstellt, ach, die könnte noch morphinabhängig werden. Was ist denn die Zurückhaltung der entsprechenden Ärzte? Warum gibt man nicht das, was da ist? Ja, die Antwort ist, grob fahrlässig handeln solche Ärzte. Das ist eine ganz ehrliche Antwort. Zunächst mal zu der ersten Bemerkung, wir haben nicht gegen alle Nebenwirkungen etwas. Die Neuropathie, diese Nervenentzündung, ist schon etwas sehr Unangenehmes, wo wir keine vernünftige medikamentöse Behandlung haben. Da hilft wirklich nur Prophylaxe durch Bewegung, aber da haben wir noch nichts wirklich ordentliches Medikamentöses. Aber jetzt zu Ihrer zweiten Frage, nämlich Schmerztherapie. Auch die Schmerztherapie ist hohe Schule der Supportivtherapie. Und es gibt in Europa einen skandalösen Unterschied in der Versorgung von Krebspatienten mit Schmerzmitteln. In den skandinavischen Ländern sind die bei 90 bis 95 Prozent. Wissen wir aus Registeruntersuchungen, aus Versorgungsforschungsstudien. Das wissen wir vor allen Dingen auch aus Rezeptanalysen. Wir wissen ja die Zahl der Patienten mit Knochenmetastasen. Jetzt nicht nur Mama, alle Krebse, Knochenmetastasen. Wir wissen, dass ein gewisser Prozentsatz der Patienten mit Knochenmetastasen Schmerzen hat oder bekommt. Und demzufolge müsste so und so viel an Schmerzmittelvolumen in einem Land verordnet werden. Das können Epidemiologen und Ökonomen ganz schnell ausrechnen. Da liegen wir in Deutschland an drittletzter Stelle. Der Opiatverbrauch ist skandalös gering in Deutschland. Das hat etwas mit Psychologie der Verordnung zu tun. Das, was Sie ansprechen, ist leider völlig richtig. Sie haben recht. Aber es ist schade, dass Sie recht haben mit dem Falle. Es gibt viel zu viele Ärzte, auch Apotheker übrigens, die Vorbehalte haben, Opiate zu verordnen. Es ist leider auch immer noch kein Gesetz vorhanden, dass ein niedergelassener Arzt BTM-Rezepte, also Betäubungsmittelverschreibungsrezepte, haben muss. Wenn ich Gesundheitsminister wäre, würde ich das sofort einführen. Jeder muss die haben eigentlich. Es ist mir unbegreiflich, wie man eine ärztliche Approbation haben kann und eine Praxis und kein Betäubungsmittelrezept. Das ist so ähnlich wie ein Autohändler, der Autos, tolle Karosserien produziert, aber sich weigert, Motoren einzubauen. Aber es geht nicht. Es wird nicht funktionieren. Und diese Schmerzmittel sind obligater Bestandteil einer optimalen Patientenversorgung. Im Übrigen, Patienten mit wirklich heftigen Krebsschmerzen werden so gut wie nie abhängig. Ich habe, wie gesagt, 25.000 Krebspatienten in meinem Leben behandelt seit den 80er Jahren. Und davon extrem viele Tausend. Und ich habe sie nicht gezählt, auch mit Knochenmetastasen natürlich, weil nicht nur Mama, auch Melanome, Nierenzellkarazine machen Knochenmetastasen. Ich habe unzählige Opiate verschrieben. Die Zahl der wirklich abhängig gewordenen Patienten kann ich an einer Hand abzählen. Das sind ganz seltene Ausnahmen. Das hat was mit Metabolisierung in der Leber zu tun. Es gibt manchmal sowas, aber die kriegt man von der Abhängigkeit auch wieder runter. Das Abhängigkeitsproblem bei Krebspatienten gibt es praktisch gar nicht. Aber es wird irrtümlich immer wieder so kommuniziert von Ärzten wie von Apothekern. Und das Schlimmste sind dann oft allerdings auch Verwandte und Nachbarn und Bekannte, die dann sagen, um Gottes Willen, da kannst du abhängig von werden. Das ist ganz schrecklich. Also da leben wir in einem Entwicklungsland, was Nachholbedarf hat im Vergleich zu Schweden, Dänemark, überhaupt in skandinavischen Ländern leider. Noch Fragen? Gibt es noch Fragen? Ich habe so ein tolles Mikrofon hier. Keine Fragen? Gut. Dann treibe ich jetzt Sport. Ja, wenn dem so ist, Herr Dr. Overkam, wenn dem so ist, was machen wir? Was geben Sie uns für Tipps oder den Patienten? Sollen Patienten jetzt rabiat werden, dem Arzt an die Gurgel springen und sagen, und ich will das Zeug haben? Denn oft hört man ja als Patientin, da sind Sie die Erste, die darüber klagt. Ich habe das noch nie gehört. Meine anderen Patienten vertragen das Medikament sehr gut, haben überhaupt keine Probleme. Das hören wir tagtäglich. Ich glaube, wenn ich für jede dieser Aussagen einen Cent bekäme, wäre ich steinreich. Was machen wir? Also Ärzten an die Gurgel gehen wäre zwar sportlich, aber wäre nachteilig, weil wir sowieso schon einen Onkologenmangel vor uns haben. Nein, aber beharrlich sein, das ist das, was Sie machen können. Ich glaube, Sie machen schon das Richtige, alleine durch solche Veranstaltungen. Sie informieren sich, Sie bringen sich auf einen hohen Informationsstand. Seien Sie beharrlich, sachlich, höflich, beharrlich. Beharren Sie darauf, die optimale Therapie zu bekommen. Das gilt auch und insbesondere für die Schmerztherapie. Und lassen Sie sich bitte nicht ins Boxhorn jagen. Es wird so viel Unsinn erzählt. Also das, was Sie gerade angesprochen haben von Abhängigkeit und so weiter. Es wird wirklich viel Blödsinn erzählt. Also die Angst vor Schmerzmitteln ist maßlos übertrieben. Man darf die natürlich auch nicht als Bonbons verteilen, aber bei begründeten Anlässen, bei echtem tumorbedingten Schmerz, der sich mit klassischen, normalen Schmerzmitteln eben nicht beseitigen lässt, da muss es ein Opiat sein. Und da bringen Opiate manchmal wirklich einen Segen. Ich denke, das nehmen wir als Schlusssatz. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Baumann und auch Dr. Oberkamp, dass Sie uns heute Abend zur Verfügung gestanden haben und uns so viel erzählt haben von dem, was möglich ist. Vielen Dank. Vielen Dank.